Ich bin zur Schule gegangen, die Route begann Ausbildung, erster Job, alles was man hier machen kann Hab ich gemacht, ich bin immer an diesem Ort geblieben Dein Orität wird nur mit einem Wort geschrieben Ich hab mich überall verewigt, kann Häuser fassaden Ich hab mein Read vertickt, egal was die Leute so sagen Mein ersten Trap, mein ersten Song hab ich hier aufgenommen Lief nicht immer gut, erste Faust hab ich auch bekommen Wochenende immer außer Haus, im ersten Rausch Auf der Couch, ich hab auch einen Raum, voller Rauch Aber auch ein Erken-Joint hab ich hier geraubt Polizei nie gebraucht, wie denn auch, es geht ab Wie sau, wenn wir am Oslo feiern, wie sau Mein Ort irgendwo in Bayern, irgendwo in Bayern Doch ab und zu mal weg, weil ich ne Auszeit brauchte Doch komm wieder zurück, denn hier bin ich zu Hause Meine erste richtige Liebe und mein erstes Mal Sex Hier in 95676 Meine ersten Schritte, hier schnipp ich mein ersten Text Hier in 95676 Wenn du mich siehst im Auto, wäre nicht im Letzten Ich in 95676 Hier in 95676 Hier in 95676 Meine ganze Kindheit, meine ganze Lebenserfahrung Alle Wege und Planung, die Erlebnisbewahrung Alle Freunde und Familie, ohne Immobilie Ich kann hier alles sehen und das auf einer Sicht In die ersten 19 Jahren bin ich schon hier Wie ein Raubtier in Revier Wie die Schriften auf Papier Wie die Sieger beim Turnier Steh ich nun hier, wie sau Mein Lebenselixier Die erste Folge und die ersten Live-Auftritte Drogenkonsum, der sich negativ auswirkte Schillen auf den Berg mit den heftigen Ausblicke Und wir sind schon nächsten Teil dieser ewigen Geschichte Wir schreiben Geschichte und ich scheiß auf ihre Blicke Ich bin der, mit dem man diesen Ort verbindet Und wenn mich jemand sucht, weiß er, wo er mich findet Doch ab und zu mal weg, weil ich ne Auszeit brauchte Doch komm wieder zurück, denn hier bin ich zu Hause Meine erste Richtige E-Bot, mein erstes Mal Sex Hier in 95676 Meine ersten Schritte, hier schieb ich mal ersten Text Hier in 95676 Wenn du mich siehst im Auto, wäre nicht relax Bin ich in 95676 Hier in 95676 Hier in 95676 Hier in 95676 Meine erste Richtige E-Bot, mein erstes Mal Sex Hier in 95676 Hier in 95676 Meine erste Richtige E-Bot, mein erstes Mal Sex Hier in 95676 Hier in 95676 Wenn du mich siehst im Auto, wäre nicht relax Wenn ich in 95676 Hier in 95676 Hier in 95676 Hier in 95676